Es lohnt sich auch VV, vor allem wenn man auch überraschend gewinnt und ich denke, es kann auch gewinnbedingend sein für einen Betrieb, was heutzutage sehr wichtig ist, weil im Gastgewerbe geht es heutzutage nicht so gut und wenn man etwas Trendiges und Innovatives macht heutzutage und vielleicht auch ein bisschen back to the roots kommt, dann ist man immer erfolgreich. Aber es ist natürlich schon ein knochenharten Job.